So, und hier sind wir wieder, auf jeden Fall wieder eine Arena. Okay, und warum? Nein! Nein! Nichts! Nichts! Okay, nice. Man kann auch durch die Gegner durchdaschen. Okay. Ow! Okay. Das war's. Sehr gut. Hopp. So. Mhm. Aber warum man hier rumklettern kann, wahrscheinlich einfach nur da, bevor es kann. Okay. Und weitergehen. Nein! Nochmal zurück. Einmal außenrum. Genau deswegen. So. So. Jetzt. Jetzt können wir weiter. So. 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 Kann ich da durch? Warte mal, bevor ich das mach? Oh ja, das ist dann Nein Nein! Ja, Entschuldigung. Jetzt. Okay. Soll ich jetzt irgendwie dann rum? Irgendwo nicht weiter. Da ist der Hebel. Okay, ich muss zuerst da rüber. Okay. Okay. Gehen wir zuerst nur da hoch. Das könnte der Unterschlupf des Hüters sein, dachte sich Quill. In diesem Fall musste sie einen Weg hinein finden, um den Fluch zu brechen. Ja, wir brauchen hier noch was. Ein Schild oder irgendwas. Okay. Okay. Da. Okay. 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 So, ist hier noch irgendwas? Ein paar Kisten. Warte mal. So ist es einfacher. Okay. So. So. Hey, eine Boss-Arena. Ja. Ich liebe es. Okay. Okay. Das ergibt jetzt wahrscheinlich eh gleich auf. Okay. Wie komme ich da hoch? Okay. So. Leichte Stolz. Oh. Oh! Okay. Oh. Ops, krieg ich noch einen 9? Ja, ich krieg einen 9. Okay. Hallo? Okay, ganz runter. Oh. Oh. Nochmal. Ah, fast. Jetzt. So. Und weiter geht's. So. Oh. Nein. Okay. Okay. Okay, brauche ich erstmal nicht. Okay, jetzt habe ich es quer gestellt. Wie komme ich da jetzt rüber? Nein. 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 Ah. Okay, Moment. Okay. So. Genau. Und wie komme ich da jetzt durch? Ähm. Ja. Nimm das ja. Hier. Komm. Hm. Kann ich da durch das Schiff? Nee, kann ich nicht. Okay. Hm. Äh. Entschuldigung. Nein. Ja. Wie oft ich ins Wasser gefallen bin. Nein, Identier! Ja, wir müssen das zum Hebel. So, der Hebel ist jetzt auf. So, dann hier runter, hier runter. So, dann hier runter. Okay, das heißt, Quill schafft den Sprung. So, jetzt habe ich da oben auf. So, jetzt muss ich... So, jetzt muss ich das so rumdrehen. 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 Das war's. Nein! Das ist echt nicht so einfach. Jetzt. Jetzt. Ja. Genau das machen wir jetzt kleine Quill. Ja. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.